Hallo Netsch, willkommen zurück zu Let's Play Pokemon World War 2 mit mir dem Zeste Und ja, das letzte Mal waren wir hier stehen geblieben Wir haben die Route unterhalb von Ondula gekundigt Wir können rechts rum, das mache ich aber kurz bevor ich die Liga mache, quasi als Training, gehe ich dann die Route ab Schwalboss auf Level 48 gegen Razor, Robert Okay, da wird jetzt 100 von Flugmove kommen Gehen wir mal aufkicken So Brave Bird war so klar Macht zu viel Schaden Scheiße, Adrenalin Noch ein Brave Bird Starb Alter Okay, die müssen jetzt irgendwie ausstallen Das macht alles zu viel Damage Okay, das war viel zu viel Damage Flygon Nein Da holen wir Iron Fist Alter Swallow Erik der Lutscher So soll die Folge genannt werden Erik der Lutscher Ich hätte es ja mit Focus Hash gespielt Akani Ja, Hedrus ist ziemlich angeschlagen Weiß ich nicht, ob das Überlebt Ich kann ja mal scouten Was jetzt kommt Wahrscheinlich ein Strauchler Ich gehe von einem Strauchler aus Outrage Ich dürfte nicht so viel Schaden machen, weil das nicht Step ist Ja Recovery LVP Outrage Outrage Okay Two-Round-Outrage Das dürfte ein One-Hit Jawoll Kommt wahrscheinlich Superior Das ist 100% schneller als Ace, deswegen gehen wir auf Deathwing Das ist 100% schneller als Ace, deswegen gehen wir auf Deathwing So Und dann haben wir den Fly raus Und dann kommt letztes Tinker an Outrage Sehr P-Royal Sehr P-Royal ist auch eher speziell und nicht hüsig Jetzt sehen wir Outrage schon Wollt schon sein der Focus Sash Return Gucken, ob wir den Return zieht Ach, das ist ja resisted Ich gehe auf Fliegen Verletze selber Boah Wie die Gegner sich nie selber verletzen Jetzt geht der wahrscheinlich wegen Oh Ein Happy Boah Alter Steals noch Electric Trick Hat Razor doch gute Arbeit gegengeleistet Hm, um Dragon Pulse Swine Kack Spaß C-Runch besiegt bitte 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 parliant. The Fililu will er wieder haben. Wie gesagt, ich habe es euch immer erklärt. Fidilou wurde früher von Team Plasma gestohlen und das will er wieder haben, deswegen hegt er so einen Groll. Ob ihr es wiederfinden wird, das werdet ihr noch sehen. Früher oder später. Jetzt habe ich gespoilert. Ich wollte es eigentlich cooler machen, ob er es finden wird. Das werdet ihr erfahren. Scheiße. Hey du, du gibst mir doch was. Nein. Okay. Arsch. Ach, die Route. Ich erinnere mich. Boah, nee. Die Route ist echt kacke. Ich nehme mich voran. Razer, Razer, Razer. Ja. Das Fiat Eroboost hält, deswegen würde ich einfach mal mit Energical Leaf angreifen. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Okay, wir wollen nicht. Stealth Rocks. Das ist schlecht. Dann machen wir mal eine Exilie so raus. Einfach so. Einfach, weil wir es können. Ein HP. Bam. Hitmonlee. Boah, das habe ich ja schon so einen Versuch. Wenn ich die Deathwing reinbringe, dann kriegt es 25% Schaden. Razer wird ein Feuerfeger kassieren. Hydro. Gegen Hydro kann das nicht so viel machen und ich kriege nur 7% Schaden. Ich kriege auch noch andere Sachen. Ha, nicht! Schaden. Jetzt können wir ein Earthquake angreifen. Jawohl. Jetzt heilen wir die KP wieder hoch. Also.. PoliRath. ...Razor will auch nicht so viel Schaden. Krieg glaube ich nicht so viel Schaden. Ungefähr auf 120. Ah, ich hätte es mit Magic-Leave angehelfen sollen. Das ist eher physisch. Ausgelegt. Rötten. Fass der One-Hit. Der Ice-Punch. Das tut weh, das tut weh, das tut... Oh, wie ich immer gecrittet werde. Hydro. Gibt ihm vielmehr ne Schelle. Boah, ey. 180 KP, das ist Hitmonchan. Boah, ne, ich bin ja schon ne Versuchung. Gluwag würde 50% Schaden kriegen. Ich bleb drin. Auch wenn das Valkyrie ist. Warte mal. Ne, Quatsch. Das ist... Sky wackelt, ja. Und damit geht Hitmonchan drauf. Jetzt kann ich erstmal wieder Razor heilen gehen, ey. Danke. Danke. Aber was ich jetzt noch tun werde... ist... Hydro die Kaskade dabei zu bringen. So. So. Entschuldigung für den kleinen Cut. Tut mir leid. Weil ich wurde unterbrochen. Äh. Ich habe aber Oskry noch... Razor geheilt. Ach. Ich hoffe das klappt so. Oh. Oh. Manectric. Was gibt's hier noch so... Ich lass mal drei verschiedene Popen und Encountern. Ach. Da liegt ne... Höh. Hopspros. Oh. 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 Na. Das ist kein Bug. Das liegt da wirklich. Und dann Gela. Okay. Ah. Da da da. 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 Was... Oh. Ne. Das kann ich auch noch gar nix machen. Mit Razor. Gehen wir mal auf... King would... Nein, warte mal. Fuck, Eis ist effektiv auf dem Boden. Upsala. Toll. Das geht King drauf, ne? Ich... So ein Idiot. Ich vergesse den Boden-Typ immer. Ich so, okay, Gift, alles klar. Eisbeam. Macht hier so gut wie kein Schaden. Alter, das muss so viel Schaden. Rain Punch. Und Iron Fist ist wieder vollgeheilt. Eigentlich könnte ich Iron Fist auch die Großwurzel geben, wenn ich so überlege. Scrafty. Was ist denn das? Oh. Da haben wir mal einen Rain Punch drauf. Das ist unlicht Kampf-Pokémon. Also ist Kampf-Effektiv. So, wie komme ich denn da hin? Okay, brauche ich zerschneider. Okay. Mal gucken, was wir... Mal hier... Irgendwas cooles. Oh, Trapa-Later. Leckt mir die rein. Oh, nein. Oh, nein. Ja, kommen wir mal schnell an das Item. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg, Kollege. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Meins. Oh. Psychogenese. Psychogenese. Jawohl. Jawohl. Komm, das kann irgendeiner lärmen. Bitte, 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 bitte. Boah, Alter. Ist das so ein Kotz? Naja, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Haut rein. Ciao.